Hey Leute, habt ihr eigentlich mal gesehen, dass wir nur knapp 400 Likes auf Facebook haben, auf unserer Seite. 400 Likes haben wir nur. 400 Likes? Wer macht denn Facebook bei uns? Ey, ich weiß es nicht. Wir sind das junge Campusradio von Hannover und wir haben nur knapp 400 Likes. Wir müssen irgendeine Idee finden, Mann. Ich will eure Ideen hören. Ja, ich überleg schon die ganze Zeit. Hättest du irgendwie gedacht an Paid User Adquisition oder sowas? Ey, FFN hat den Studio und Biscuit, der hat 40.000 Likes und schreibt seine Beiträge auch noch selber. Ein Studierhund? Du bist ein Studierhund? Ich will so einen Studierhund, Mann. Nein, ach, das... Philipp, guck mal, wir haben generell überhaupt keine Kohle und jetzt willst du auf einmal einen Studierhund ranholen. Also, das geht auf keinen Fall. Ich will genau diesen Hund. Dann entführen wir den Studierhund Biscuit. Okay. Klar, Alter, wir entführen den Studierhund Biscuit. Das ist die Idee. Okay, wir holen uns den. Oder? Das machen wir. Alter. Hallöchen. Das ist der Plan. Hammer. Ja. Na, naja, wir gehen ab. Hallo. Ich guck mal. Ja, naja, wir sind schon mal einen Studierer. So wie Philipp Schatz. Der Riech, der Bilder. Der Mann ist anders. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hi! Hi Alex, hier ist der Philipp Sag mal, ist schon ein bisschen spät, tut mir leid, dass ich anrufe, aber du hast doch eine Katze, oder? Kannst du uns da mal helfen? Wir bräuchten die vielleicht für NSFM Wir haben nämlich den Studium Biskit konnten wir nicht entführen Wir haben nämlich den Studium Biskit, 2020 Wir haben nämlich den Studium Biskit, 2020